Es gibt dort einen Baum, in dessen Schatten müsste der Reiter 100 Jahre reiten, um den zu durchqueren. Im Schatten des Baumes. 100 Jahre. Überleg mal, in 100 Jahren, wenn ein Reiter reitet, das ist ein Baum, ein Schatten von einem Baum im Paradies. Wie viele Bäume gibt es da? Das sind Dimensionen, die sind unvorstellbar. 100 Jahre. Warum sagt der Prophet uns das? Damit wir sehen, was das für eine Welt ist. Und noch, damit wir sehen, wie mächtig Allah ist. Wie klein wir sind. Wie dankbar wir sein müssen. Alhamdulillah, dass Allah uns zu Muslimen gemacht hat. 100 Jahre im Schatten. Ich hätte das mal gerne ausgeschaltet. Wo kommt er da an? Ich meine, die haben für 500 Kilometer von Mekka nach Medina, haben die, wenn die schnell gewesen sind, mit einem Reittier drei Tage gebraucht. Das sind für 500 Kilometer. Der ist 100 Jahre am Reiten. Wie oft hat der die Erde umquert dann? Bei einem Baum? Das ist 1-Geräusch. Das ist 1-Geräusch. Das ist 2-Geräusch. Das ist 2-Geräusch. Untertitelung des ZDF, 2020